Die Domitilla-Katakomben in Rom sind das größte System von Katakomben der rund 60 antiken Katakomben der Stadt. Sie enthalten auf vier bis zu fünf Meter hohen Etagen eingelassene Gräber aus dem ersten und zweiten Jahrhundert, zum Teil mit christlicher Ikonografie. In den Begräbniskammern finden sich Fresken mit klassischen und christlichen Motiven. Im vierten Jahrhundert wurde über den Gräbern der in den Domitilla-Katakomben bestatteten Heiligen Nereus und Achilleus die Basilika Santinereo e. Achilleo erbaut. Diese Basilika wurde im neunte Jahrhundert verlassen und 1874 wiederentdeckt. Am 16. November 1965, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurde in ihnen der Katakombenpark geschlossen. Den 40 Bischöfe der ganzen Welt als Erstunterzeichner einging. Der Pakt griff das Leitwort Johannes der 23. von einer Kirche der Armen auf.